Diese Höhle war völlig unberührt. Sie war über tausende von Jahren komplett versiegelt. Sie enthielt Malereien, die Ältesten, die jemals gefunden wurden. Es ist, als wäre hier die Seele des modernen Menschen erwacht. Wir betreten die Chauvet-Höhle in dem Bewusstsein, dass dies vielleicht die einzige und letzte Gelegenheit sein könnte, in ihrem Inneren zu filmen. Als ich die Chauvet-Höhle zum ersten Mal betreten habe, hat das so stark auf mich gewirkt, dass ich jede Nacht von Löwen geträumt habe. Dass es keine Grenzen gibt zwischen der Welt, in der wir leben, und der Welt der Geister. Eine Wand kann mit uns sprechen. Nach fünf Tagen habe ich beschlossen, nicht mehr in die Höhle zurückzugehen. Jeden Tag war es wieder ein Schock für mich, ein emotionaler Schock. Diese Bilder sind Erinnerungen an langvergessene Träume. Werden wir jemals in der Lage sein, die Vision dieser Künstler über eine derart große Zeitspanne hinweg zu erfassen? Ruhe, bitte, bitte nicht bewegen. Wir werden jetzt der Stille in der Höhle lauschen und vielleicht können wir sogar unsere eigenen Herzensschlagen hören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 2. 5. 5. 6.